guten morgen ich habe vorgesorgt ich habe eine rolle klopapier bei mir in den safe reingetan ich zeige es euch jetzt muss erst mal schauen da ist der schlüssel unten hier ganz dicker fetter tresor beachte bitte die türen die sind mal richtig dick hier auch hier ja da klaut keiner was und damit natürlich nichts schief geht habe ich hier oben natürlich auch noch einen schlüssel so und hier die letzte rolle klopapier also wer noch eine rolle braucht wenn es wirklich mal ganz knapp wird bitte bei mir melden so eingesperrt nur gegen entsprechendes gebot also wieder schön zu sperren wieder alles dicht machen alles zu und die schlüssel werden so gut versteckt dass die keiner findet